ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem video meine freunde wir spielen heute wieder fc24 ich hoffe es gefällt euch lasst ein like und ein abu da ich würde mich darüber freuen ich würde mal sagen los geht's ne so ich bin jetzt hier in der champions league ja los musik brauchen wir hier nicht hören also und ich würde sagen ab geht es manchester united gegen rb leipzig kommt den gewinnen wir auch noch den titel und die einblendung zeigt uns wie menschen meiner spielt als einziger spieler vorne drin keine große aufregung bei diesem er ist zur stelle schöner aktion da wird die aufstellung von rb leipzig peter gulagy ist im tor hallo und schießt er denn das war auch nicht anders zu erwarten zwei mannschaften mit großen ambitionen die weide weit kommen das war keine gute flanke oh mein gott was für ein tor aber um volle kanne rinder ja das war keine reaktion von euch tag 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 schade 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 es nicht reingegangen mor Ja, natürlich, Elfmeter, ey. Jawohl. Ab rein damit. Schöne Sache. Hier steht es, 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Araujo. Er bekommt die Unterstützung. Dem Versuch noch ein paar Meter neben das Tor. Klasse, wie er da hin geht, gibt ein Wurf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Mein Gott. Los, Meter. Holt ihn euch. Und angezeigt jetzt, eine Minute Nachspielzeit. Das muss es fast sein. Klasse aufgepasst vom Torwart. Nein, schade. Ecke kommt rein. Wir gehen in die Pause. Der erste Durchgang hier in Old Trafford ist beendet. Ja, meine Freunde. Das sieht nicht gut aus für Manchester. Zweite Spielplatte beginnt. United ist hinten. Es kommt zu wenig. Und alle sind gespannt, wie sie das Blatt hier noch wenden wollen. Ja, natürlich geht es gut. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Ball kommt weit. Schade. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Leipzig. Dann geht es zu Hause gegen den SC Freiburg. Da sind wir natürlich mit von der Partie. Ist doch klar. Da ist er da. Guter Zweigam. Wer hat den Ball. Hallo, wann schießt du denn? Vollverlust United. Unwiderstehliches Dribbling. Jetzt die Hereingabe. Ahn. Schade, schade, komm. Och. Ne, komm. Tor im Spiel von Benfica. Im Studio gibt es alle Infos dazu. Wir haben hier das erste Tor für Benfica Lissabon. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. Bespielt sind hier 68 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Was war das denn? United verliert den Ball. Jetzt der Vorstoß. Please make your life at the ticket office. Oliver Torres. Ja, setzt sich schön durch. Die Chance hier. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Schön geklärt. Rushford. Das sieht natürlich immer richtig gut aus. Tolle Aktion. Ja. Den Zweigang führt er sehr gut. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da ist die Chance. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Thierry Malasia. Ja. Natürlich machen wir, was wir wollen. Schlussgriff. Ja, guck mal. Die fuhren uns aus hier, weil die verloren haben. Das sind einfach keine Sportgeister. Das sind keine absoluten Sportgeister. Gucken wir hier nochmal. Gibt's nix an hier. Ja. Das sind auch schon wieder dieser Bug. Also investiere ich da auch nochmal rein. Was ist das? Kleidungsmarke. Investieren. 150. Hab ich doch. Aber hier muss ich auch nochmal was kaufen, ne? Kaufe ein. Ne, ich stelle lieber ein Personal Trainer ein. Das ist besser. Ja, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich darüber sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rotrein, meine Freunde. Ciao, ciao. Genau. rehab. www.cast mujer.gb.g.gb.g.g.g.g.c.... Vielen Dank.